Was werden Sie mit Ihrem Tauberrad-Sport-Sondermodell wohl unternehmen? Zum einen werden Sie es in der Stadt brauchen, zum Einkaufen zum Beispiel. Sie werden vielleicht auf die Arbeit mit fahren. Radtouren unternehmen, mehr Tagestouren gegebenenfalls. Ja, und eines der ganz wichtigen Dinge, die Sie da noch brauchen, ist ein ordentlicher Gepäckträger und ein guter Ständer. Der Ständer, der ist sehr massiv. Bisher, den gibt es jetzt seit Jahren. Ich habe noch nie einen abgebrochene gesehen. Also, der ist nicht stabil. Beim Gepäckträger ist so, das ist ein System-Gepäckträger. Und zwar mit dem sogenannten Rack-Time-System. Das zeige ich Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Und zwar gibt es da sehr schöne Körble und Täschle dafür. Also hier ist es nur eine ganz kleine Auswahl. Achte Sie da drauf. Rack-Time nennt sich das. Das sind hier eins, zwei, drei, vier Zapfen. So, das zeige ich Ihnen jetzt, wie man das ganz leicht ran macht. Also man setzt es hier auf und zack und schon ist es drin. Schön. Zum Wegnehmen nimmt man den Finger, hebt es hoch. Genauso einfach geht es hier mit einem Korb. Sie sehen, man setzt ihn einfach drauf. Und klick, ist er schon drauf und richtig fest. Das ist also eine wirklich tolle Innovation. Seitlich könnte Sie jetzt hier auch noch Packtasche anbringen. Und dann kann es losgehen mit der großen Tour. Unser Rahmenschloss, das wir hier verwenden, ist übrigens gleich schließend vom Schlüssel wie das Akkuschloss. Also, ich stecke jetzt mal hier den Schlüssel rein. So, und dann bewegt man den Schlüssel, drückt hier den Riegel nach unten und schwuppdiwupp ist es abgeschlossen. Falls Sie so ein Zubehör möchten, das haben wir also bei uns auch, das ist eine Kette, die man dann hier einfach hier reinstecken kann. Was macht man mit der Kette? Man geht durch einen festen Gegenstand. Also, so zum Beispiel, das ist jetzt der Pfosten. Und drückt den einfach rein und schon ist es abgeschlossen. So, also, das Rad wäre jetzt zweimal verschlossen. Einmal hier mit dem Rahmenschloss und dann nochmal mit einer Kette. Und diese Schlosskombination lassen auch Versicherungen zu. Also, mittlerweile möchten ja auch E-Bike oder Fahrradversicherer, dass das auch wirklich sicher abgeschlossen ist. Und mit diesem Schlosssystem können Sie das dann machen. Also, Sie brauchen dann quasi noch als Sonderzubehör, brauchen Sie noch diese Kette. Und die Kette. Die Kette. Vielen Dank.